Danke, dass so viele gekommen sind. Ich finde es total schwierig übrigens, sage ich mal gleich zum Start, einen Social Media Workshop zu machen, bei so vielen Menschen, von denen ich gar nicht weiß, wie deren Beziehung zu Social Media ist, ob sie das nutzen, wie sie das nutzen. Deswegen hoffe ich, ist für jeden was dabei. Mein Name ist Nora Hespers, ich bin eigentlich freie Journalistin und nebenbei Podcasterin, habe inzwischen drei Podcasts im Hobby, wie auch immer man das so stemmt. Es funktioniert ganz gut und natürlich versuche ich auch diese Podcasts an die Menschen zu bringen und versuche das auch via Social Media. Und man hat als Podcastende ein großes Problem, jeder kann uns hören, aber keiner kann uns sehen. Und es gibt vielleicht ja auch einen Grund, warum der eine oder die andere eher einen Podcast macht und keinen YouTube Channel. das heißt, ja, das heißt, wir haben also, wir haben Ton, wir haben etwas, wir haben Audio, das ist im Netz jetzt, es gibt nicht so viele Plattformen für Audio und wir müssen uns irgendwie Vehikel suchen, wie wir dieses Audio irgendwie konsumierbar in diese sozialen Netzwerke bringen, die ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben. Plus, dass Podcasts ja gerne auch mal sehr lang sind. Ja, und aus so einem Podcast einfach mal eine Minute rauszuschneiden, sagt häufig noch nicht so richtig viel über diesen Podcast aus. Trotzdem müssen wir uns ja irgendwie oder wollen wir uns ja vielleicht auch vernetzen. Und deswegen machen wir so einen kleinen Ablauf, also beziehungsweise ich wollte auch noch sagen, ich werde hier nicht nur alleine reden. Ich finde auch total wichtig immer über Social Media zu diskutieren und was da ist und so ein bisschen so Best Practices auszutauschen, weil einem das auch weiterhilft. Das ist nicht, also es kommt auch immer aufs Thema an und nicht für jeden ist Social Media das Gleiche. Nicht jedem geht es so einfach von der Hand. Nicht jeder fühlt sich damit auch wohl. Deswegen ist es total wichtig, finde ich, dass man sich da austauscht. Das heißt, wir werden ein bisschen darüber reden, warum Social Media. Dann Überblick über die Plattformen, die bestimmten Plattformen Eigenschaften. Dann welche Inhalte eignen sich eigentlich für welchen Kanal? Dann haben wir noch das Ding Promoten ohne Ton, weil die meisten sozialen Netzwerke ohne Ton benutzt werden. Das heißt, es ist auch nochmal so ein großes Hindernis für Leute, die ausschließlich mit Ton arbeiten. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Und dann haben wir noch zwischen Interaktion und Moderation, weil wenn mir was wichtig ist an sozialen Netzwerken ist, dass man sie nicht nur einfach dafür nutzt, um sich selber weiter zu versenden, sondern auch zu kommunizieren und dann auch bestimmte Verantwortlichkeiten einfach übernimmt. Also für den Diskussionsraum, den ich schaffe, hat jeder die Verantwortung, dass darin zum Beispiel ein guter Ton herrscht oder was darin passiert. Das heißt, jeder, der sich in sozialen Netzwerken veröffentlicht, eröffnet einen Kommunikationsraum und da gibt es eben Verantwortlichkeiten. Das ist meine Haltung dazu. Das können andere Leute anders sehen. Das ist nur die Haltung, die ich dazu habe. Genau. Also, warum Social Media für Podcasts? Wir haben einen wie auch immer gearteten Podcast. Der ist in dieser Welt. Und dann? Also, wie findet man den? Wie stoßen andere Leute auf eure Podcast? Wie erfahren die davon? Klar, man kann Freunden und Bekannten Bescheid sagen. Dann hat man unter seinen HörerInnen vor allen Dingen Freunde und Bekannte. Das kann auch schön sein, aber wenn man ein bisschen mehr möchte oder vielleicht auch Leute ansprechen möchten, die ein bisschen was dafür bezahlen, dann ist es schon ganz gut, wenn nicht nur Oma und Opa zwischendurch einen Fünfer springen lassen, sondern wenn man einfach ein größeres Publikum erreicht. So. Dann gibt es das Thema, das hatten wir heute auch schon beim Thema oder beim Panel Diversität. Wir möchten Themen setzen. Das ist schön, wenn wir ein Thema setzen in einem Podcast, wenn den aber wieder keiner hört, dann nutzt uns das gesetzte Thema nicht so richtig viel. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir dieses Thema dann auch wieder in die Welt bringen. Wenn wir darauf warten, dass man uns findet oder irgendjemand zufällig den Weg zu uns findet, ist noch nicht so richtig viel gewonnen. Wir können Diskussionen anregen mit Podcasts, aber auch dann brauchen wir Menschen, mit denen wir diskutieren können. Das heißt, wir brauchen eine Community. Dafür müssen wir eine Community aufbauen und letztendlich kann man sich in sozialen Netzwerken auch fantastisch vernetzen. Und zwar mit anderen Podcastern und PodcasterInnen. Und das, finde ich, ist deswegen sehr wichtig. Bei meiner Erfahrung nach funktioniert am allerbesten für Podcasts, jemand erzählt dir davon. Jemand sagt, ey, ich habe den Podcast gehört, so und so, finde ich total geil. Wenn man das nur selber macht und sagt, ich habe einen total geilen Podcast produziert und hier ist der Link, funktioniert so semi. Ehrlich gesagt. Genau. Das heißt aber, für soziale Netzwerke brauchen wir ein Rüstzeug. Wer mal angefangen hat damit, wird feststellen, dafür muss man Zeit einkalkulieren. Es reicht in der Regel nicht, wenn man alle zwei Wochen podcastet, alle zwei Wochen mal einen Tweet abzusetzen. Das ist schön. Dann hat man so eine Timeline, in der man die Links alle abrufen kann. Aber es passiert nicht so richtig viel, weil ich weiß immer noch nicht, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Wer ist denn diese Person, die da twittert? Dann nehme ich vielleicht nicht meinen persönlichen Account, sondern den Account mit dem Podcast-Namen. Das ist viel anonymer als ich als Person. Das heißt, niemand weiß so richtig, wer ist das? Was soll das? Und dann kann man damit noch nicht so richtig viel anfangen. Wenn man aber mehr machen möchte, braucht man entsprechend mehr Zeit. Man braucht grundsätzlich Bock auf Kommunikation, weil soziale Netzwerke sind nicht dafür da, einfach nur zu senden, sondern auch zu empfangen und sind auch ein Feedback-Kanal. Wenn man sich mit Feedback auseinandersetzt, ehrlich und offen, dann braucht man schon auch Bock darauf, das zu tun. Wer das nicht möchte, sollte besser nicht in sozialen Netzwerken unterwegs sein. Es gibt Gesetzmäßigkeiten digitaler Kommunikation und Interaktion. Mit denen sollte man sich auch ein bisschen auseinandergesetzt haben. Jeder, der mal versucht hat, einen Gag bei Twitter zu machen, der ordentlich in die Hose gegangen ist, wird wissen, das läuft dann ein bisschen anders, als wenn man mit seinem besten Freund oder seiner besten Freundin sich die Bälle zuspielt. Ja, das versteht nicht jeder. Auch wenn man sagt, naja, so war das nicht gemeint. Die anderen können das nicht wissen. Es fehlt ein Kontext. Es fehlt der Kontext, den man hat, wenn man jemanden persönlich kennt. Und was ich auch nicht schlecht fand, ist ein bisschen Grundwissen über Datenschutz. Also wie kann ich mich auch selber und mich und meine Daten schützen, weil wir sind in sozialen Netzwerken nicht zwingend Herr oder Herrin über die Kommunikation. D.h. Es kann sein, dass du nur 50 Follower hast, aber irgendwer aus irgendeinem Grund packt sich irgendeinen Tweet von dir, der irgendwem irgendwann mal auf den Zeiger gegangen ist. Und der wird dann plötzlich hochgespült. Das kann Monate her sein und dann hast du ein Problem. Das ist doof. So. Und deswegen, und auch weil ich es gerade wieder erlebt habe, es ist total wichtig und für Frauen leider noch ein bisschen wichtiger als für Männer, sich damit auseinanderzusetzen, wie schütze ich mich vor zum Beispiel Nachrichten, die ich gar nicht bekommen möchte. Ja. Also lasse ich wirklich zu, dass mir jeder eine Nachricht schreiben kann oder sage ich nur Menschen, denen ich zurückfolge oder so. Ähm, da sollte man sich vorher ein bisschen mit auseinandergesetzt haben, weil einfach, ich weiß nicht, wer Bock auf Dickpics hat, ich habe sie nicht. Deswegen gucke ich mir an, wem ich zurückfolge und habe auch meine Nachrichten zum Beispiel nicht offen. Ähm, genau. Jetzt könnte man sagen, naja, diskutieren kann ich auch auf meinem Blog. Ja, Social Media, pfff, brauche ich nicht. Und klar, ein Blog hat Vorteile. Ich habe mehr Kontrolle über die Diskussion auf der eigenen Plattform, ich habe viel mehr Platz für Kontext, weil Leute, ne, Twitter hat 240 Zeichen, auf Instagram wird auch nicht so ausführlich geschrieben, wobei das sehr unterschiedlich ist, muss man sagen, ne, die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, aber gerade wenn es um Kritik geht, ist die gerne einfach mal schnell dahin gewütet und selten gut ausformuliert. Ähm, der Blog ist vor allen Dingen schriftliche Interaktion, das heißt, da sind eben keine GIFs dabei oder irgendwelche Bildchen und Fotos, das ist selten. Und ich habe mehr Kontrolle über die eigenen Daten an der Stelle, ne, ich gebe nichts raus, das liegt nicht auf irgendwelchen Servern, wenn es gut läuft und man sich damit beschäftigt hat, wo ich nicht reingucken kann und so. Also theoretisch könnte ich da mir eine größere Kontrolle schaffen. Auf der anderen Seite, was mache ich, wenn jemand einen Screenshot von meinem Blog macht und den in soziale Netzwerke haut? Ich habe keinen Kanal, ich kann nicht antworten. Das heißt, mir entgleitet diese Diskussion komplett, ich bin gar nicht mehr Teil davon, weil ich nicht da stattfinde, wo Sachen diskutiert werden im Zweifel. Muss nicht passieren, kann aber passieren. Kann ja auch im Positiven passieren und dann wäre es ja auch gut, das mitzukriegen, wenn jemand sagt, finde ich total super und das geht irgendwie rum in sozialen Netzwerken, ist ja auch geil, das mitzukriegen, ne. Wir müssen ja nicht immer vom schlimmsten Fall ausgehen. Ähm, Social Media kann dir potenziell einfach eine größere Reichweite bieten, denn wie machst du deinen Blog bekannt? Hättest du nämlich das gleiche Problem, ne, du musst wieder irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda, dann wirst du in irgendwelchen Blog-Roles geführt und und und, das ist total viel Arbeit. Machen wir uns nichts vor, eine Reichweite in Social Media aufzubauen, ist genauso viel Arbeit. Aber du hast einen kürzeren Weg zu möglichen Multiplikatoren. Ja, das habe ich gemerkt, als ich einen dummen Witz gemacht habe in Berlin, weil mich jemand gefragt hat, wo ist denn der Dom? Ich habe mich umgedreht und gesagt, 540 Meter nach Westen und nach Köln gezeigt. Das hat Anne Will irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, Ann-Kathrin Büsker hat es retweetet und plötzlich ist es bei Anne Will aufgetaucht. Ja, ich habe irgendwie 2000 Follower und hatte dann doch recht viel zu tun, Menschen zu antworten, die mir sagen, wie die richtige Kilometerzahl ist oder wie... Ja, die Diskussion habe ich geführt, inklusive einem Screenshot von Google Maps. Oder Berlinern, die total angepisst waren über die Arroganz der Kölner, die ihren Dom für den einzig richtigen halten. Während es in Berlin drei Dome gibt, habe ich gelernt inzwischen. Also, es gibt wirklich wichtige Dinge zu diskutieren da draußen, machen wir uns nichts vor. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet so ein flapsiger Tweet plötzlich so eine Reichweite hat und ich habe das um 22.30 Uhr kurz bevor ich schlafen gegangen bin, schlafen gehen wollte, rausgehauen und dachte, okay, wenn ich da jetzt nicht darauf reagiere und das verselbstständigt sich, habe ich morgen früh so eine Latte von irgendwelchen Kommentaren und vielleicht entwickelt sich daraus etwas, was ich nicht haben will. Also besser schon direkt Stellung beziehen und da sein und das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich deutlich später schlafen gegangen bin und zum Workshop am nächsten Tag auch mit latenter Verspätung erschienen bin. Das war mir ein bisschen peinlich. Alles wegen Anne Will. Danke an der Stelle. Genau. Ich habe die persönlichere Möglichkeit der Interaktion. Weil was passiert, je nachdem welches Netzwerk, ich bekomme tatsächlich mehr persönliche Nachrichten. Selbst wenn die kurz sind oder wenn das ein kurzes Feedback ist, aber bevor jemand auf meinem Blog kommentiert und da eine E-Mail-Adresse eingibt und sich verifiziert und so, schreibt der mir lieber und vielleicht sogar anonym eine Nachricht in sozialen Netzwerken und ich habe da bisher großes Glück gehabt. Die waren in aller Regel positiv und wenn es Kritik war, war die sehr ordentlich formuliert. Also deswegen langsam wachsende Community sorgt zum Beispiel dafür, dass ihr Leute da habt, die sich wirklich für euer Thema interessieren und nicht nur da sind, weil sie sich gestört fühlen von eurem Thema. Es gibt ja Themen, die in Podcasts besprochen werden, die tatsächlich ein bisschen triggern oder triggern sind für einige Leute und dann ist es doch ganz schön, wenn man da nicht die Hater als allererste hat oder so eine kleine Trollarmee, die einen da verfolgt. Ich finde bei Social Media super, dass man so eine themenspezifische Gesundheit, themenspezifische Interaktion hat. Also ich kann mir zum Beispiel ja bei Twitter Hashtags angucken und könnte mich da draufsetzen und an der Stelle mitdiskutieren und dann bin ich auch präsent, ohne dass ich gerade einen Podcast veröffentlicht habe, sondern kann einfach grundsätzlich in der Diskussion um mein Thema präsent sein und dann werden Menschen auf mich aufmerksam. Das hilft auch. Und um nochmal von Anne Will zu sprechen, ich habe halt die Chance auf große Multiplikatoren. Also wenn ich mal irgendwo bei jemandem lande, der meinen Podcast total super findet, der hat total viele Follower und sagt, hey, finde ich total großartig, das müsst ihr euch mal anhören, dann geht das auch schnell, sodass man wieder ein größeres Publikum gewinnt. So, das finde ich beim Blog alles viel schwieriger, wohl wissend, wie gesagt, dass es bei Social Media auch negative Effekte gibt, mit denen man sich einfach auseinandersetzen muss. Auf dem Blog kann ich einfach schneller Kommentare, die ich doof finde, wegmoderieren. So, ne, dann veröffentliche ich die halt gar nicht erst und dann kommt auch keiner auf die Idee selber, was doofes zu schreiben. Die Kontrolle habe ich bei Social Media einfach nicht. Social Media Kanäle für Podcaster. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber die Reichweiten stärksten sind nach wie vor Twitter, Facebook und Instagram. Es wird gerne gesagt, Instagram ist auf dem absteigenden Ast. Das stimmt, aber sie haben immer noch die meisten Nutzer. Also es wird weniger, aber sie haben immer noch die meisten Nutzer. Die Jungen nutzen Snapchat und TikTok. Ich weiß nicht, wer das von euch benutzt. Benutzt hier jemand Snapchat und TikTok? Ja, das ist extrem überschaubar. Deswegen habe ich es auch rausgelassen. Die Twitter-Alternative Mastodon, wer ist da? Ja, immerhin schon mal ein paar, genau. Und das ist ganz angenehm und auch sehr zu empfehlen, weil sehr viele PodcasterInnen sich da tummeln. Also da hat man eine gute Chance, ein gutes Netzwerk aufzubauen und auch viele Retrains zu haben. Was ich Social Media-mäßig als Grenzgänger bezeichnen würde, sind YouTube, weil da geht es eigentlich nicht um Kontakte und Netzwerk, sondern nur ums Senden. und Pinterest, weil das eher eine Bilderplattform ist. Also ihr könnt natürlich lustige Sprüche mit Bilder machen zu eurem Podcast. Kann auch funktionieren, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, geile Grafiken macht oder ihr habt einen Podcast über Kunst oder Küche oder Interior Design oder was auch immer. Da könnte das funktionieren. Aber ich glaube, für die meisten Podcaster würde ich Pinterest erst mal zur Seite legen, so was Reichweiten angeht. Deswegen konzentrieren wir uns auf diese. Was mir neuerlich aufgefallen ist, dass Jobnetzwerke auch gar nicht so schlecht sind, um seinen Podcast zu promoten, je nachdem, was man für ein Thema hat. Also LinkedIn oder Xing lohnen sich tatsächlich, um bestimmte Themen zu setzen. Und man wird da auch, also man bekommt auch da Likes und Kommentare. Man glaubt es kaum, aber Menschen beschäftigen sich auch in Jobnetzwerken eben mit Podcasts. Und ich habe das Gefühl, immer stärker. Also auch da in der Businesswelt ist das ein Ding. Und zwar nicht nur, wenn ihr in Marketing oder wie Promote ich mich selbst oder Work-Life-Balance-Podcast habt. Auch Themen wie Feminismus oder so sind in diesem Umfeld durchaus wichtig und haben da auch ein Publikum. So, was man vielleicht, das habe ich letztens gemerkt, dass es Menschen gibt, die einen Überblick brauchen über diese Formate. Ja, was kann ich eigentlich wo machen und in welchem Format? Ist gar nicht so unwichtig, weil zum Beispiel ich gerne mit Audiogrammen arbeite. Das zeige ich euch gleich noch kurz. Und da ist die maximale Länge 2 Minuten 20 bei Twitter, eine Minute bei Instagram und bei Facebook ist sie, glaube ich, unbeschränkt. Beziehungsweise, wer würde da mehr als 10 Minuten hochladen oder gucken? Ich weiß es nicht, deswegen theoretisch unbeschränkt. Ja. Und deswegen überlege ich halt, mache ich jetzt für jeden Kanal ein eigenes Audiogramm. Also einmal eine Minute, einmal 2,20 und bereite ich das unterschiedlich auf. Ja, wer schon mal so ein Audiogramm gemacht hat, weiß, dass auch das kostet Zeit. Vor allen Dingen, wenn ich mit Transkription und mit Text arbeite, weil ich das ohne Ton verfügbar machen möchte. Und da muss ich mich einfach darauf einigen, was für ein Format nehme ich? Also nehme ich ein Hochformat, ein Querformat, ein Quadrat? Was funktioniert auf welcher Plattform am besten? Ich bin dazu übergegangen, für Twitter ein Querformat zu machen und für Instagram ein Quadrat. Wenn ich etwas habe, was auf beiden oder auf allen drei Plattformen funktionieren soll, nehme ich am Ende immer das Quadrat. So, das funktioniert relativ zuverlässig auf allen Plattformen, kann gut rezipiert werden und dann muss ich nicht dreimal an das Gleiche ran. Ich gehe einfach davon aus, dass die meisten hier nicht Profi-Podcaster sind und sich ihre Zeit sozusagen teuer von was anderem abknapsen müssen. Deswegen würde ich immer entscheiden, ein einziges Format. Und dann, wenn man es nicht dreimal machen will, dann nimmt man 2,20, aus denen man dann auch für Instagram nochmal eine Minute klippen kann. Oder man macht eine Story, aber dann muss man wieder neue Arbeitsschritte hinzufügen. Funktioniert auch, habe ich neulich auch ausprobiert. Ist auch ganz hübsch, aber hat entsprechend lange gedauert. Ich weiß nicht, wer diesen Podcast kennt. Genau, wir reden die ganze Zeit im Prinzip von Videos. Wenn ich Audiogramme sage, meine ich eigentlich Video. Das ist der Podcast Mensch Mutter von Katharina Thoms. Und die hat es, finde ich, super geschickt gelöst. Weil sie hat zum einen jemanden, der eine geile Grafik gemacht hat. Das heißt, sie muss gar nicht selber als Person erscheinen. Sie steht da nicht mit ihrem Gesicht oder so, sondern sie hat eine Zeichnung. Und die Zeichnung zeigt auch eigentlich schon, worum es geht. Also die weist aufs Thema hin. Sie hat einen Text dazu gemacht. Das heißt, ich müsste noch nicht mal das Audio hören, sondern ich würde mir den Text durchlesen und sagen, ah, okay, klingt nach einem interessanten Thema. So, ohne dass ich jemals was davon gehört habe. Aber ihr seht da oben vielleicht dieses gelbe Gezappel. Das ist so eine Waveline. Und man kann sich das eben halt auch anhören. So, jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Genau. Ich habe hier mal ein Audiogramm. Bei uns ein Ausreiseantrag. Geht das lauter? Wenn, soll ich ins Gefängnis gehen? Kind in time? Nee. Mensch, Mutter. Ein halbes Leben in der DDR. Folge 1. Normal ist anders. So, wir hören uns einmal von vorne, weil der Anfang irgendwie verbaselt war. Bei uns ein Ausreiseantrag stellen? Dann soll ich ins Gefängnis gehen? Kind in time? Nee. Mensch, Mutter. Ein halbes Leben in der DDR. Folge 1. Normal ist anders. Was ich an dem Audiogramm total super fände, ist ... Du bist jetzt mal still. Katharina, Entschuldigung. Aber jetzt ist gut. Ja, richtig, Mutter. Was ich super finde, ist ... Katharina macht vorne sowas wie eine Senderkennung. Also, ne? Dieser Sound, dieser Jingle vorne, der ist total wiedererkennbar. Ich weiß, das ist als Klammer eingebaut. Ich wüsste sofort, wenn ich den irgendwo anders höre, das ist der Podcast. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich höre sie sprechen und ich höre ihre Mutter sprechen. Das heißt, ich habe sofort den Eindruck von beiden Stimmen, die da stattfinden. Und die Aussage, die da getroffen wird. Ich meine, es geht darum, dass jemand ins Gefängnis geht und das Kind ins Heim. Ich würde das sofort hören wollen. So. Ich wusste schon vorher, was kommt, weil Katharina Ausschnitte gespielt hat in einem Workshop, den ich gegeben habe. Und trotzdem habe ich mich total geärgert, als dieser Teaser rauskam, weil der Podcast war noch nicht da. Und ich war schon sehr neugierig und konnte noch nichts hören. Das fand ich ein bisschen unverschämt an der Stelle. Ist aber genau das, was es soll. Es soll neugierig machen. Es hat einen Reiz und ich will, oder ich habe zumindest das Gefühl, ich will das hören. Das da ist natürlich, wenn man einmal das Bild hat, eigentlich nicht mehr so aufwendig. Also, ich setze da einen Text drauf. Ich muss Photoshop können oder irgendeine Bild-App haben, mit der ich das irgendwie gestalten kann. Aber im Prinzip ist es relativ simpel im Sinne von, also simpel, weil der Podcast eh schon sehr gut produziert ist. Aber ich kann das anteasen. Und ich glaube, wenn man das so weiterschickt oder wenn ich jemandem einen Podcast empfehlen will und sage, hör da mal rein, ist es total geil, wenn ich genau dieses Beispiel noch habe. Und das hat sie auch auf Twitter hochgeladen und auf Facebook. Und wie ihr seht, also 32 Aufrufe, das ist jetzt nicht durch die Decke gegangen. Und Mensch, Mutter hat auch jetzt nicht, also selbst auf Instagram glaube ich nicht die, genau, jetzt riesen Reichweiten. Aber darum geht es nicht. Sondern das ist was da, was halt weiter verschickt werden kann, womit ich was empfehlen kann. Und ich glaube, das ist das, was entscheidend ist an der Stelle. Ich kann mal reinhören. Und das machen wir, glaube ich, auch wenn wir Musik irgendwie runterladen oder so. Wir hören mal rein. Das geht aber bei vielen Podcasts nicht. Bis die zu Potte kommen, die meisten Podcasts, ist irgendwie die ersten 10, 15 Minuten rum. Und dann, warum soll ich mir das antun? Ich will ja schon vorher irgendwie ein bisschen was wissen. Und wir haben relativ wenig Chancen, finde ich, zu teasen mit Podcasts. Das gibt es irgendwie noch nicht. Also so ein Im-Player, dass man sagt, spiel mir das mal an und gib mir mal einen Eindruck oder so. Das muss ich halt herstellen. Das ist eigentlich, das ist total aufwendig. Teaser basteln, wer das schon mal gemacht hat, aus einer Stunde, zwei, drei, vier Podcasts. Und ich bastel einen Teaser aus den geilsten Stellen. Da sitze ich auch noch mal drei, vier, fünf Stunden dran. Also das ist halt mega aufwendig. Und so habe ich es relativ leicht, trotzdem was vorzeigbar zu machen, ohne dann einen riesen, riesen Aufwand zu machen. Genau. Was Audiogramme auch können, wenn man, ja, ich muss jetzt einmal einen von meinen nehmen. Sorry. Ja, dieses shameless Selbstpromoten liegt mir nicht ganz. An der Stelle fängt es halt ganz gut an. Wir haben über unseren Twitter-Account eine Nachricht erhalten von Lisa, die gesagt hat, Mensch, sprech doch mal bitte über Neid. Das reicht eigentlich auch schon an der Stelle, weil ich kann da schon klar machen, wir haben über Twitter, also uns hat jemand über Twitter einen Themenvorschlag geschickt. Das heißt, ich mache da transparent. Ich habe Kontakt zu meiner Community. Die reden mit mir, die machen Themenvorschläge. Ich nehme das ernst. Wir sprechen über die Themen, die die Community interessieren. Das ist, finde ich, total wichtig. Also auch wenn man Feedback bekommt, das zurückzuspiegeln, dass man das wahrnimmt. Nicht nur in so einem Text, sondern Menschen freuen sich auch, wenn sie genannt werden. Ja. Oder wenn man sich bedankt bei jemandem persönlich. Das funktioniert immer ganz gut. Das ist jetzt nicht Social Media Social Media, sondern das ist den Rückkanal genutzt im Prinzip. Was ich daran auch noch ganz charmant finde, ist, das hätte man jetzt auch ohne Ton hingekriegt, durch diese Karaoke-Funktion werden die einzelnen Buchstaben. Man kann relativ gut mitlesen. Das heißt, auch wenn ich in der Bahn sitze, ich habe keine Kopfhörer dabei, kriege ich schon mit, was da so gemacht wird. Dann gibt es noch Lieblings aus dem Workshop von Katharina Thoms und Sandra Müller, die sich grundsätzlich mit Visual Audio beschäftigen. Deswegen gibt es noch so ein paar Lieblinge, wie zum Beispiel das von Cosmo. Poetry Schlamm. Heute Learning British. Das nämlich echt jetzt wirklich Schwere ist die Sprachbarriere. Wie der Brite in sein Peint reinweint, wenn er Ja sagt, aber Nein meint, weil es ihn ungemein plagen wollte, wenn er wirklich Nein sagen sollte. Das ist das, was gemein ist. Das Sprachgeheimnis. Das muss man kennen. Dass die Briten Sachen nie beim Namen nennen. Dass sie dir ein Gewisslich schenken, wenn sie verpisslich denken. Und umgekehrt. Drum gehört Brexisch zu den schwersten Sprachen der Welt. Weil keiner das Wort sagt, das er hält. Das ist eben britisch. Auch politisch. Indem sie Theresa May demontieren, akzeptieren sie aufgrund ihrer Manieren ihren Anspruch zu führen. Kurz. Beim Deal bricht sie ein. Misstrauen. Nein. Alles ruft froh. Yes means no. Und indes no means yes. Britisch verstehen. So gesehen ist der Brexit-Schmuh nur ein Gruß an die EU. Und hat das ganze Austritts-Bohai nur einen Inhalt. Wir bleiben dabei. Im Poetry. Also da merkt man schon, dass es unterhaltsam ist. Wenn man es sehen würde, würde man denken, ich will es jetzt auch hören. Weil es so schnell geht. Aber ich habe einen Eindruck davon, was mich da erwartet. Das ist aufwendig produziert. Machen wir uns nichts vor. Also das alles zu timen und so, das kostet ein bisschen Schnittzeit. Das würde auch mit Headliner gehen, womit ich das auch mache. Aber da muss man schon gut anpassen, dass das wirklich auf die Worttaktung passt. Das ist eigentlich eine eigene Kunstform an der Stelle. Aber es ist gut gemacht. Und es zeigt einfach, was so ein Audiogramm kann. Deswegen lohnt es sich im Prinzip, finde ich, als Podcaster sich damit zu beschäftigen. Plus auch da muss ich mich als Person nicht veröffentlichen. Ich kann hinter dem Thema, hinter der Story, hinter dem Text bleiben. Und das Hintergrundbild, ehrlich gesagt, das kann jeder auf dem Acker schießen. Das wird einmal durch zwei Apps gefiltert und dann ist gut. Ja. Es ist natürlich gestalterisch große Kunst. Aber trotzdem sind die Zutaten simpel. Was wiederum große Kunst ist. Ihr wisst, was ich meine. Was auch noch gerne zitiert wird in diesem Workshop, sind die Story Cops. Das ist halt schon wesentlich aufwendiger. Aber die machen Kurzgeschichten. Mit Audio und, ähm, so, Moment. Mit Audio und alles. Was denkst du, was du über das most missst? Dad? Just in being there. It was always great. Dad's been gone three and a half years. What would you say to him, maybe, if you could? Well, I'm a teenager. I'm sure he would tease me about that. You know, it's funny. He always would find people in crowds and say, that looks like what Olivia's gonna look like. So, also dafür müsste man jetzt, ähm, schon ein bisschen zeichnen können. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass jemand zum Beispiel gerne scribbelt oder so, ne? Und das dann eben in der Form umsetzt. Das würde übrigens auch relativ einfach gehen mit so einem Tool wie Headliner, weil ihr da einzelne Bilder hochladen könnt. Oder auch schon so ein Videoclip oder so, ne? Also es muss gar nicht so super aufwendig, es muss ja nicht animiert sein. Aber wenn ihr eine Story habt, die sich in Bildern erzählen lässt und ihr könnt scribbeln und es gibt Menschen, die können das. Und ich glaube, jemand ist leider nicht hier, der das eigentlich sehr gut kann. Diana, ne? Genau. Also wenn man sowas kann oder auch jemanden kennt, der sowas kann, man kann... Es gibt auch viele freie Tools, kann ich an der Stelle sagen, die schon fertige Animationssachen liefern, die frei zu nutzen sind, die total einfach zu bedienen sind, weil man Bock auf sowas hat. Es gibt doch hier so ein Saalmikrofon. Genau. Insofern muss man da nicht... Also ich sage nochmal, es gibt viele... Oben, was leuchtet, was orange ist. Jetzt? Yay! Diese Menschen vom Radio. Also es gibt auch ganz viele freie Tools, muss man schon sagen. Ich habe mich jetzt mit einigen nur näher beschäftigt, die tatsächlich einzelne Animationsvorlagen schon bieten, wo man eben selber nicht zeichnen können muss und mit denen sich in einer Timeline wie in einem einfachen Schnittprogramm ganz toll solche Animationen zu Audios machen lassen. Kostenlos braucht man nur einen Account. Sehr viele, die auch selber noch Support anbieten. Also insofern keine Angst davor. Powtoon ist eins von denen, was ich gerne nutze. Aber da gibt es noch ganz viele andere. Vielleicht kannst du die ja nachher mal kurz raus twittern. Ich twitter die mal raus. Twitter die mal raus, genau. Ja, also darauf habe ich mich jetzt nicht fokussiert. Mir geht es darum, euch das mal vorzustellen. Aber wenn ihr wirklich was zu Audiogrammen und Visual Radio haben wollt, dann wendet euch an Katharina Thoms und Sandra Müller. Die machen da Workshops zu und können das eh viel besser als ich. So. Genau. Die Frage ist jetzt, welche Inhalte eigentlich für welche Kanäle? Da kann ich euch gar nicht so viel zu sagen, weil die Frage ist ja, was wollt ihr erreichen? Ja? Also, was sind eure Ziele? Wollt ihr Informationen raushauen? Zum Beispiel, nächster Gast, aktuelle Ausgabe, neues Thema. Wollt ihr Kommunikation? Also wollt ihr wirklich diskutieren über das aktuelle Thema oder Meinungen ausloten für eine neue Episode, die ihr da macht? Wollt ihr Interaktion? Also wollt ihr euch mit anderen Podcastern vernetzen, Umfragen machen, Themenvorschläge sammeln, mit eurer Community quatschen? Einfach mal so, unabhängig vom Podcast. Und deswegen ist es total schwer zu sagen, das dahin, das dahin, das dahin. Es kommt auch darauf an, wo ihr eure Community habt und welcher Social-Media-Kanal euch am meisten liegt. Ja? Die einen benutzen gerne Twitter, die nächsten Mastodon, die dritten Instagram und die vierten finden Facebook immer noch super und haben auch viele Leute, die mit ihnen interagieren. Dann würde ich das auch genau da machen. Weil Community aufbauen dauert lange, ist harte Arbeit. Also seid da, wo eure Community ist oder wo ihr glaubt, sie erreichen zu können. Ähm. Genau. Ich persönlich, das ist meine Einschätzung und wenn hier jemand anderer Meinung ist, dann völlig legitim. Ich finde, Twitter eignet sich sehr gut für Information und Vernetzung. Pointierte Meinung. Das kann Ed Udio sehr gut. Folgt ihr unauffällig. Genau. Aber ich finde, bedingt für Diskussionen. Also mal so ein Thread lesen ist ganz nett. Ja? Aber wenn ich jetzt 500 Mal die Threadreader-App mit Unroll beschäftigen muss, dann wird mir auch irgendwann langweilig. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich schütze natürlich davor, dass Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden. So ein bisschen so. Aber ansonsten habe ich 240 Zeichen zur Verfügung, ein paar Bildchen, ein paar GIFs. Ähm. Ja. Muss man wissen, ob man Bock hat, sich da auf Diskussionen einzulassen, die in aller Regel nur sehr verkürzt stattfinden. Es sei denn, man hat sich tatsächlich das richtige Umfeld geschaffen, ne? Hat die Trolle blockiert und hat nur noch Leute in seiner Community, mit denen man gut reden kann, dann funktioniert auch das. Ähm. Instagram ist, glaube ich, gerade bei vielen Podcastern total beliebt. Und auch das haben wir heute Morgen schon im Diversitäts-Panel gehört, weil Instagram so eine nette Community hat noch. Und ich hoffe, das bleibt so. Ähm. Instagram ist total persönlich. Ähm. Diese Story-Funktion macht, dass ich mich veröffentlichen kann, ohne dauerhaft öffentlich zu sein. Also es ist nicht wie YouTube. Ich lade was hoch und dann, ja, können sie mich da mit doofen Kommentaren zuspammen, sondern nach 24 Stunden ist die Story weg. So. Es sei denn, ich bastle sie in die Highlights. Aber ansonsten gilt das Gesagte da für 24 Stunden. Und das kann natürlich immer noch jemand rausziehen. Aber das ist wesentlich komplizierter, als ein Screenshot zu machen. Vor allen Dingen, wenn jemand einfach spricht. Ja. Wie soll ich von einer sprechenden Person ein Screenshot machen? Auch da gibt es wieder Apps, die das können. Auch da gibt es Einstellungen, die das verhindern. So. Ähm. Genau. Aber da passiert gerade sehr viel. Plus, was ich festgestellt habe in meiner Blase, es werden unglaublich viele Podcasts auf Instagram empfohlen, weil die Leute, während sie hören, Screenshots machen und das in die Story hochladen und sagen, habe ich gerade gehört, finde ich total super. Ich tagge, für euch ist das auch was. Bums. So. Funktioniert super. Ich glaube, Feuer und Brot wird mir am meisten empfohlen. Danach Rice and Shine und halbe Kartoffeln. Die werden mir total häufig, das hat noch niemand den, was denkst du, den Podcaster empfohlen. Das liegt aber daran, dass wir da gar nicht sind. Und Rita auch Social Media ablehnt. Also meine Podcast-Partnerin macht es ein bisschen schwieriger, da jetzt intensiv zu agieren. Finde ich aber nicht schlimm, ehrlich gesagt, an der Stelle. Also es ist nicht so, dass wir deswegen keine Hörer hätten, sondern ich finde es total legitim, zu sagen, ich habe da keinen Bock drauf, ich will das nicht. So. Und dann mache ich Social Media, mache meine Sachen da und den Rest eben nicht. Auch okay. Facebook eignet sich ganz gut für längere Videos. Diskussionen mit Usern in so eigenen Gruppen und so. Wobei Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast sagt, wer auf Facebook noch diskutiert, kann auch nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Die holen die Diskussion auf ihre eigene Plattform. Well, wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Ich mache die Erfahrung, dass Audiogramme und Audio-Videos auf Facebook einfach grundsätzlich nicht so gut laufen, ehrlich gesagt. Also alles, was Text im Bild hat, findet Facebook irgendwie doof und damit kommt man auch nicht weit. Plus, es ist extrem aufwendig, mit den aktuellen Regelungen sich da Reichweite zu verschaffen. Plus, ich mag Facebook auch nicht mehr so gerne. Und stecke entsprechend weniger Energie da rein. So. Das sind einfach Gründe, die da mit rein spielen. Genau. Entscheidend ist, finde ich, auch der Absender. Also, bin ich als Person der Absender oder bin ich als Podcast der Absender? Also, twitterst du als Katharina Rönnecke oder als Haus 1 macht einen Unterschied. Also, bist du das Label oder bist du die Privatperson? Das macht einfach einen Unterschied in der Ansprache. Und in dem, was du da machst als Person, würdest du eine persönliche Haltung twittern, als Label vielleicht eher Informationen über einen eurer Podcasts. So. Also, über ein Thema. Auch da ist entscheidend, wo mache ich was? Also, wo bin ich Person und persönlich? Und wo bin ich Podcast und Podcaster und habe nur so einen Teil meiner Persönlichkeit veröffentlicht? Als Person, glaube ich, werde ich eher und lieber angesprochen. So. Also, ich kriege eher Nachrichten auf meinen Frau-Nora-Account als auf den Account von Was denkst du denn oder die Anachronistin? So. Genau. Das sieht man auch ganz schön hier, ehrlich gesagt. Also, ich habe mal so ein paar Screenshots gemacht von Menschen, die auf Twitter sind und gute Reichweiten haben. Katharina Nokun zum Beispiel hat gerade neu den Denkangebot-Podcast gestartet. Die hat auf Twitter über 30.000 Follower. Der Denkangebot-Podcast hat 161. Die ist im Januar damit gestartet. Jetzt könnte man meinen, das müsste sich einfach so transferieren. Ja. Sie hat viele Follower ihr Podcast auch. Ist nicht der Fall. Das passiert nicht automatisch. So. Da muss man sich als Podcast sozusagen wieder eine neue Followerschaft erschließen. So. Sie könnte das auch in ihrem eigenen Profil machen. Es ist aber schon auch sinnvoll, bestimmte Themen oder Themengebiete auch auszulagern. Stefan Schulz, den werden auch einige kennen, hat 12.000. Der Aufwachen-Podcast hat 13.000. Zählt sich so die Waage. Die sind aber auch zu dritt und können sozusagen schon zu dritt immer auf ihren Podcast referieren. Das heißt, der wird in drei Profilen automatisch immer wieder retweetet. Das heißt, es spreadet sich auch schon wieder viel weiter, weil so viele Leute beteiligt sind. Wenn wir uns den Rasenfunk angucken, Max, der Macher vom Rasenfunk, hat wesentlich mehr Follower als der Rasenfunk selber als Podcast. Das liegt daran, dass Max häufig als Person mit Meinung auftaucht. Und das eben nicht. Also der Rasenfunk an sich kann keine Meinung haben. So. Das kann Max. Deswegen verbreitet sich das, was Max sagt, natürlich eher als das, was der Rasenfunk vertwittert. So. Genau. Was wir hier noch haben, ist zum Beispiel methodisch inkorrekt. Die sind auf Twitter riesengroß mit fast 15.000 Followern und bei Instagram mit fast 3.000, sind die noch relativ klein. Was die nicht haben ist, deswegen fehlt aber denen unten was. Die haben keine Storys und machen keine Story-Highlights. Geht gar nicht. Ich kann halt nicht reingucken, was die so machen. Ich sehe die nicht in Action, sondern ich sehe halt Fotos von denen. Und ich merke mittlerweile, dass ich als allererstes, weil die auch oben angezeigt werden, immer durch diese Storys flippe morgens. Habe ich früher nicht gemacht. Ich mache nur noch Storys morgens und die wische ich auch so weg, aber dann habe ich einen Eindruck. Feuer und Brot ist auf Instagram total aktiv und ich finde das auch super, weil die da nach ihren Podcasts immer noch diskutieren, zum Beispiel auch auf Feedback eingehen. Die bekommen dann Feedback und nehmen dazu Stellung in den Storys und sagen, okay, ihr habt uns das und das geschickt oder wir haben sehr häufig das und das gehört. Wir erklären jetzt nochmal, was wir damit gemeint haben oder wie wir das sehen oder wir erklären euch nochmal unsere Haltung dazu. Im Prinzip ist es ehrlich gesagt ganz gut, weil es nimmt Sachen aus der Community auf und spiegelt sie wieder zurück. Das ist echte Kommunikation in digitaler Form, weil man eben nicht zusammen am Tisch sitzt. Halbe Kartoffeln macht das, finde ich, sehr gut. Das Mimimi-Kollektiv, finde ich, hat unten das mit den Story-Highlights ganz gut gemacht, weil sie das einfach grafisch angepasst haben. Das sieht sehr einheitlich aus, die haben da ein bisschen Design-Grips reingesteckt. Das ist auch ganz hübsch. Kann man machen, muss man nicht, aber das funktioniert ganz gut. Genau. Das habe ich irgendwie alles schon zwischendurch miterzählt. Aber was ihr als Podcaster habt, ist eine persönliche Bindung. Und ich weiß nicht, hat schon mal jemand die Storys bei Instagram von dlfnova sich angeguckt? Ja. Wer das nicht gemacht hat, sollte das tun. Die machen das eigentlich ganz hübsch. Die machen immer so vier bis fünf Slides. Die sind grafisch animiert. Die bauen da so GIFs rein und so. Das sieht ganz gut aus. Was mir persönlich fehlt an der Stelle, wer ist mein persönlicher Ansprechpartner? Ich will nicht mit dlfnova reden, sondern ich will mit dem Macher der Story oder des Beitrags reden oder so. Das ist so ein Unterschied, finde ich, zwischen Radio und Podcaster. Wenn ich das als Podcaster mache, bin ich direkt ansprechbar. Wenn das dann Sender macht, dann kann ich mit dem Sender reden, aber ich will ja mit dem Autor reden. Ich will nicht mit dem Sender reden. So. Und das ist, finde ich, ein großer Unterschied einfach in den Absendern. Und ihr als Podcaster, wenn ihr das persönlich macht, seid ihr auch persönlich erreichbarer. So. Auch das hat wieder Vor- und Nachteile. Was ich auch feststelle ist, gerade in Bezug auf Rita, ist der letzte Punkt. Wer nur die Stimme kennt, ist einfach neugierig auf das Sichtbare. Ich will die Leute ja auch sehen. Ich will ja wissen, wer da spricht. Ja. Und deswegen, ja. Genau. Ich höre einfach an der Stelle aufzusammeln, sonst haben wir gar keine Zeit mehr zum Diskutieren. Das sollte gar nicht so lang werden. Ähm. Was sind denn, oder von dem, was ich hier gesagt habe, wer hat Gegenmeinungen? Bitte gerne. Oder was sind eure Erfahrungen mit den sozialen Netzwerken? Kann ich eine Frage stellen? Ja. Zu Storys. Ja. Das weiß vielleicht gar nicht, du. Vielleicht, das weiß aber vielleicht hier im Raum einer mehr. Es gibt bei Storys, bei manchen mittlerweile die Funktion Musik. Das hat auch irgendwie nicht jeder. Und ich hab da mal nach Podcast gesucht, weil das geht auf Spotify. Man muss Spotify nicht mögen, um dann keine politische Haltung dazu haben. Aber man greift auf die Musikdatenbank von Spotify zurück. Ja. Und habt ihr mal gesehen, was da an Podcasts, also es wird ja nicht nur Musik angeboten, es werden Podcasts angeboten. Ich kann dir mal eine Story reinklemmen. Und es gibt vielleicht vier, fünf Podcasts und sehr merkwürdige christliche Podcasts, die da auftauchen. Aber wo sind denn die ganzen Leute, die, wenn sie schon ihre Podcasts bei Spotify tun, warum landen die denn nicht da? Hat da irgendjemand schon mal nachgeforscht, nachgeguckt, hat Erfahrung damit? Nö. Aber haben wir nicht jemanden von Spotify da, den wir fragen können? Ich glaub Audible. Ne, Spotify. Also da ist jemand von Spotify. Ja. Ja. Ja, aber der wird nicht wissen, wie das mit der Spotify-Datenbank funktioniert. Genau. Aber das würde mich tatsächlich auch interessieren. Das liegt übrigens, ob du Musik nutzen kannst oder nicht, liegt an deinen Einstellungen. Du musst deinen Ort, also Instagram muss auf deinen Ort zugreifen dürfen. Das habe ich zum Beispiel blockiert. Die dürfen nicht auf meinen Ort zugreifen. Damit die wissen, ob du die Rechte hast, diese Musik in deinem Land zu spielen. Ja. Genau. Mittelfinger. Ich kann nämlich ganz viel von der Musik nicht hören, weil Instagram leider nicht weiß, wo ich mich befinde. Möchte ich denen? Das ist das, was ich sage. Setzt euch mit diesen Datenschutzbestimmungen auseinander. Das ist schon auch wichtig. So. Kann man machen. Man kann denen das mitteilen. Ich will nicht, dass die immer wissen, wo ich bin. Das geht die überhaupt einen Scheißdreck an. So. Ähm. Ja. Da war auch noch eine Meldung. Genau. Ich hätte einfach noch eine Erwärtsung. Was jetzt gar nicht genannt wurde, ist... Was gar nicht genannt wurde, ist... Du musst draufdrücken. Fürs Video wärst du, glaube ich, das war hier... Die Frage. Also, da ist ja gar nicht... Ja. Ähm. Fürs Video wär's, glaube ich. Sonst gehen wir die blaue Keule da rüber. Das war nicht angelassen. Jetzt ist es an. Jetzt... Wir schmeissen das blaue rüber. Jetzt läuft. Ah. Sehr gut. Jetzt ist es wieder weg. Ja, jetzt... Jetzt wieder da. Gut. Ähm. Wir nutzen sehr oft WhatsApp zur Interaktion. Also, wir haben ein Redaktionshandy. Und, ähm. Wir machen dann das so, dass wir zum Beispiel beim Podcast aktiv Feedback einfordern. Und wir finden, bei WhatsApp ist halt die Hemmschwelle sehr tief. Und das machen wirklich mittlerweile ganz viele Leute machen uns auch Sprachnachrichten, die wir dann wiederum in den Podcast einspeisen können, was wirklich cool ist, finde ich. Aber ihr seid ein Sender, ne? Wir sind ein Sender, genau. Ich finde das als Privatperson A schwierig, B fällt das bei mir nicht unter Social Media, sondern unter Messenger. Ja. Ich kenne das definitiv. Also, ich finde das super. Das ist auch ein super Medium an sich. Nur, wenn ich Privatperson bin und hab dann plötzlich auf meiner Nummer, ich brauche ja dafür eine Nummer, diese ganzen Sprachnachrichten und von irgend... Also, no way. Ja? Also, auch wegen Datenschutz, WhatsApp, no way. Also, Facebook, meine... Das ist wirklich meine persönliche Haltung, ne? Aber ich ziehe mich aus WhatsApp zurück, weil ich gar nicht will, dass alle meine Daten bei diesem Unternehmen sind. So. Ich sag ja nicht alles. Also, die müssen ja nicht alles bei sich haben können. Ich hab an der Stelle nochmal einen Tipp für alle Messenger-User, die ihre Telefonnummer nicht rausgeben wollen. Ich bin eigentlich auch so jemand. Es gibt mittlerweile virtuelle SIM-Karten. Zum Beispiel von ZipGate ist die Firma. Satellite ist das Produkt. Das kostet erstmal nix. Da kann man sich registrieren. Dann kriegt man nach einer Woche ungefähr einen Brief, weil ZipGate nachweisen muss, dass sie die Adresse ihrer User kennen. Und dann bekomme ich eine virtuelle Telefonnummer. Und die funktioniert auch ganz wunderbar mit WhatsApp oder mit Signal oder mit Threema, was immer man da nutzen möchte. Ja. Denn, was viele nicht wissen, wenn die SMS-Verifikation fehlschlägt, und das würde sie bei Satellite, kommt kurz danach das Angebot, das mit dem Sprachanruf zu verifizieren, der geht. Okay. Okay. Aber wo sitzt das Unternehmen? Was machen die? Okay. ZipGate sitzt in Düsseldorf. Düsseldorf, glaube ich. Okay. Nur, dass man einfach... Ich würde da auch zum Beispiel recherchieren, was machen die mit meinen Daten? Kommunizieren die mit irgendwem? Müssen die meine Adresse rausgeben? Solche Sachen. So. Social Media. Also Messenger, anderes Thema. Social Media. Becky. Ja? Können wir das da rüber schicken, schnell? Einmal schnell. Mikrofonstaffel. Aufwachen. Sorry für alle, die ich hier eingeschläfert habe. Danke. Du hast nach Gegenmeinung gefragt. Ja. Das ist nicht so richtig eine Gegenmeinung, aber ich glaube, dass man die Reichweite eines Twitter-Accounts von einem Projekt nicht nur an der Follower-Innschaft messen kann. Weil, also, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt auf Twitter. Ich kenne viele Menschen, die folgen nur Einzelpersonen, legen sich aber für Projekte Listen an und lesen dann in diesen Listen bei den Projekten mit. Also haben dann eine Liste für Podcasts, in denen dann diese ganzen Projekt-Accounts drin sind. Aber die folgen halt dem Account nicht. Deshalb würde ich nicht unbedingt sagen, weil jetzt ein Podcast-Account 5.000 Follower in weniger hat als die Person, die dahinter steckt, dass der nicht genauso stark gelesen wird. Genau. Das kann möglich sein. Was ich damit klar machen wollte, ist es einfach ein Unterschied, wer spricht so. Und es gibt ganz viele Leute, die übrigens auch nicht interagieren. Also, nur weil man nur 5 Likes auf einen Tweet hat, heißt das nicht, dass den keiner gesehen hat. Auch davon muss man sich ein bisschen freimachen. Genauso bei Facebook. Ich kriege gerne von irgendwelchen Leuten gesagt, ich lese immer total gerne, was du machst, aber ich klicke da nie was. Das heißt, ich habe stumme oder stille Leser und auch die muss man irgendwie im Hinterkopf haben. Also, man muss gar nicht so abhängig sein von diesen, wer interagiert. Das wollen die Netzwerke gerne, aber das heißt nicht, dass es nicht gesehen oder rezipiert wird. Ein Mikrofon bitte mal da hinten an die Tür. Vielleicht fehlt es auch gar nicht. Ja, ich kam ein bisschen später. Ja, ich habe noch die Führung mitgemacht zur Hälfte. Und du hast es gerade eben gesagt mit WhatsApp. Du willst WhatsApp sowieso nicht aufgrund der politischen. Es muss nicht alles bei einem. Genau. Aber ich wollte nochmal fragen, ist am Anfang hier auch quasi so ein bisschen Konsens gewesen? Ja, Facebook eigentlich als Social Media. Kann man politisch, datenschutzmäßig in die Tonne treten? Nehmen wir dran an. Nehmen wir dran an. Nehmen wir dran an. Das ist meine Frage, weil ich zu spiel gekommen bin. Deswegen wollte ich ja mal wissen, wie die Meinung zu war. Ne, das Ding ist, klar, wenn man Social Media nutzt, das habe ich am Anfang glaube ich auch gesagt, man muss das schon auch wollen und wissen und wenn man das nutzt, muss man sich einfach Gedanken machen, warum nutzt man das und wie nutzt man das? Wer sagt, ich will Facebook nicht mehr nutzen, weil die böse sind und stattdessen Instagram nutzt oder WhatsApp, macht im Prinzip das Gleiche. Und das Ding ist halt auch, also jeder kann sich, wenn er möchte, ich empfehle Ihnen gerne den Film The Cleaners angucken. Ja. Genau. Ja, aber ich habe für den, was denkst du denn, Podcast mit den Machern von The Cleaners gesprochen. Die sagen im Prinzip auch, es ist nicht die Lösung, es gar nicht mehr zu machen. Und die promoten auch ihren Film über Facebook. Es ist ein, naja, es ist ein Dilemma und wir sprechen über dieses Dilemma. Ja, nicht nur, also auch das wird sich irgendwann verändern und so, aber es gibt wenig Alternativen aktuell. Das ist eine andere Diskussion, so. Aber klar, es ist gut, sich grundsätzlich damit auseinanderzusetzen. Haben wir noch? Ich glaube, eine Frage können wir noch, oder? Achso. Ich wollte nur eine, ich hole eine Plattform, die könnte, das heißt also so, ich würde gleich folgen, also die heißt arre.na. Und das ist so eine... Die scheint mir sehr bekannt zu sein. Äh, ist ja, also das war, war das ein Witz? Nein, es war ein bisschen ironisch. Entschuldigung, aber ich habe es wirklich, ich habe es einfach noch nie gehört. Also arre.na, das haben halt so Leute aus, also das ist so ein Post-Internet-Künstler und also arre.na, wollt ihr in den Raum werfen, ist vielleicht eine interessante, sehr interessante Plattform als Instagram-Alternative. Okay. Okay. Danke. Also Mastodon. Genau, Mastodon hatten wir mit drin, weil auch ganz viele Podcaster da sind und man sich gut vernetzen kann an der Stelle. ja. Das blaue, ah, ist an, okay. Ich habe eine Frage und zwar hatten wir letztens auch ein längeres Gespräch mit einem Social-Media-Experten und für den war Instagram ein guter Kanal allerdings nur für Bilder, weil die Leute quasi innerhalb von ein paar Sekunden durch die Bilder durchschleiden. Du hattest, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gesagt, dass Instagram sich durchaus auch als Dialogplattform quasi eignet. Ja. Das heißt, du bist anderer Meinung? Ne, die Frage ist, was ist das Ziel? Also, was war sein Ziel? Hat er euch beraten im Sinne von Reichweite? Ja. Genau, ja, das ist das eine. Aber ich messe, also ich bin Privat-Podcaster, ich muss jetzt kein Geld damit verdienen und ich messe meine Interaktion nicht an Reichweite, sondern an Kommunikationsqualität. und ehrlich gesagt, wenn ich da, also das, was ich an Podcasts da verfolge, die sind super aktiv auf Instagram, die machen Storys, die zeigen mir im Zweifel, wo die sind oder die posten diese Audiogramme. Ich finde das durchaus sinnvoll. Ich hole mir da Anregungen, ich höre da rein, ich denke mir, ah, okay, Thema interessiert mich und so. Ich klicke dann nicht da im Zweifel drauf und Instagram kann auch nicht, also du kannst dich auf Instagram rausleiten, weil du nicht verlinken kannst. Das heißt, ich muss dann hingehen, mir den Podcast im Podcatcher suchen und mir den dann proaktiv anhören. Dann weiß Instagram nicht, dass ich das gemacht habe. Ja, das heißt, es ist für einen Marketing-Menschen natürlich relativ schwierig, dann Erfolg zu messen, aber es funktioniert. Also, und wie gesagt, über die Storys gibt es relativ viel Feedback. Du kannst ja diese Umfragen machen, du kannst Feedback aktiv einfordern. Ich persönlich finde das an der Stelle ein sinnvolles Tool, das wie gesagt auch gerade viel genutzt wird, um Podcasts zu empfehlen. Also auch Texte da reinzusetzen, nicht nur Bilder? Ja, also ich habe Textvideos gemacht oder keine Ahnung. Ich meine, in die Story, du kannst ja was unter deinem Bild auch drunter schreiben, außer Hashtags kannst du ja auch noch Text schreiben. Ja, wie gesagt, du kannst ja eine Transcription haben. Ich habe Headliner, habe ich genannt, eine Headliner.spermin.com, damit kann man diese Audiogramme machen, da kann man Text reinsetzen. Da gibt es eine Autotranskription, auch für längere Stücke und die funktioniert relativ gut. Die hat so kleine Aussetzer, die kann keine Interpunktion, die kann keine Groß- und Kleinschreibung und aus gleichberechtigt macht sie gleichberechtig, manchmal aber auch synonym zu verwenden. Also so, da muss man ein bisschen drüber gehen, aber im Prinzip ist die Transkription schon ziemlich super und erspart ja extrem viel Arbeit. So, ich würde sagen, das war es an der Stelle. Wer sonst noch Fragen hat, darf mich auch gerne so ansprechen und dann machen wir einfach jetzt eine wohlverdiente Pause. Ich hoffe, es war für jeden was dabei und jeder konnte was mitnehmen aus diesem Workshop. Applaus Applaus Wahnsinn! K Flughafen workforce kolo kof kof k k Untertitelung des ZDF, 2020